Hallo zusammen, herzlich willkommen beim Mopedsport. Ich bin hier beim Achim in Castrop-Rauxel. Der hat wieder eine Ultra 80 neu aufgebaut. Die Ultra ist von 1981. Hat eine Polybauer V80 Vollverkleidung. Die Maschine wurde neu lackiert. Hat 91 Kubik. Ein Sebringauspuff von der KTM und hat gelaufen laut Tacho 24.480 Kilometer. Mal gucken, ob sie startet. Da ist die Ultra da. Ich gehe mal hier auf die Polybauer Verkleidung ein bisschen. Das Lückenschild Polybauer V80. Das mache ich jetzt mal wieder aus. Wie gesagt, neu lackiert. Neues Dekor drauf. Sehr schöner Zustand. Soweit original gehalten. Die Sportspiegel da in der Verkleidung. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.